So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Bilanzrecht im Sommersemester 2020. Ich hoffe, Sie können mich alle sehen und hören. Wenn nicht, haben Sie die Möglichkeit, in der Chatfunktion von YouTube mir das mitzuteilen. Ich schaue hier immer drauf, ob ich da eine Meldung bekomme, aber ich gehe davon aus, dass Sie mich sowohl sehen als auch hören können. Ja, in diesem Semester können wir uns leider nicht persönlich im Hörsaal sehen. Wie Sie wissen, gibt es durch die behördlichen Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise momentan keine Präsenzvorlesungen an der Universität. Ich hoffe, dass die Präsenzvorlesungen bald wieder möglich sind. Bis das aber der Fall ist, werden wir zunächst einmal diese Plattform hier nutzen, YouTube, die man eher dafür kennt, dass es hier Videos mit Schminktipps oder irgendwelchen gestreamten Videospielen gibt. Aber, wie Sie sehen, kann man das auch für etwas Sinnvolleres nutzen, Bilanzrecht beispielsweise. Und ja, die Uni-Internen-Plattformen, die waren leider nicht ausreichend leistungsfähig für eine so große Anzahl von Vorlesungen, wie sie jetzt laufen müssen. Deswegen bin ich also jetzt vorerst auf dieses Format ausgewichen. Es ist aber in Arbeit, dass es auch Uni-Intern geeignete Plattformen gibt. Und ich werde sie dann unterrichten, wenn wir dann gegebenenfalls wechseln sollten. Ja, zunächst einmal also hier in YouTube. Und die Vorlesung Bilanzrecht ist ja für verschiedene Schwerpunkte vorgesehen. Für die Schwerpunkte der Gruppe 4, für die wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkte. Hier insbesondere für den Schwerpunkt Wirtschaftsrecht mit Ausrichtung auf Steuerrecht, aber auch die anderen wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkte für den Schwerpunkt Bilanzrecht. Und ich werde Ihnen auch gleich erläutern, dass das durchaus sinnvoll ist. Denn das Bilanzrecht ist tatsächlich ein Rechtsgebiet, das übergreifend für eine ganze Reihe von verschiedenen anderen Rechtsgebieten von Bedeutung ist. Die Videos laufen, wie gesagt, also die Livestreams laufen zunächst einmal hier über YouTube. Hier werden auch dann die Aufzeichnungen der Vorlesungen abgespeichert, wenn sie also einmal verhindert sein sollten zu den Terminen oder sich etwas noch einmal anhören möchten. Die Materialien zur Vorlesung, das heißt also die Folien als PDF-Dokumente, dann auch weiterführende Materialien, wie etwa Auszüge aus einem Lehrbuch, das ich Ihnen gleich noch vorstelle. Gelegentlich auch Gerichtsentscheidungen. Das finden Sie alles wie gewohnt auf OLAT. Die Videos, wie gesagt, die Aufzeichnungen der Livestreams dann hier in YouTube. Zunächst einmal ein Überblick über den Inhalt der Vorlesung. Was werden wir also in diesem Semester im Bilanzrecht alles machen? Ich werde heute beginnen mit einer Einführung und einem Überblick. Ich werde Ihnen zunächst einmal erläutern, was ist überhaupt das Bilanzrecht? Was ist unter einer Bilanz zu verstehen? Einige Grundbegriffe des Bilanzrechts erklären. Im zweiten Teil dann die Rechtsquellen, rechtlichen Grundlagen des Bilanzrechts. Dann kommen wir im dritten Teil schon zu einem ganz zentralen Element des Bilanzrechts, nämlich den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung. Das sind zum Teil geschriebene, zum Teil ungeschriebene Grundsätze, nach denen sich die Bilanzierung richtet und die auch für das Steuerrecht Bedeutung haben. Das ist dann auch der nächste Teil der Vorlesung, die Steuerbilanz und ihr Verhältnis zur Handelsbilanz. Das Handelsbilanzrecht ist die Grundlage auch für die steuerliche Gewinnermittlung mittels der sogenannten Steuerbilanz. Dazu dann in diesem Teil der Vorlesung. Und werde dann im darauffolgenden Teil 5 die Grundzüge der kaufmännischen Buchführung und Gewinnermittlung näher erläutern. Dann werden wir uns beschäftigen mit dem Jahresabschluss. Das ist grob gesagt also die Bilanz plus Gewinn- und Verlustrechnung und den einzelnen Bestandteilen des Jahresabschlusses. Dann Grundsätze für die Bilanzierung, unter welchen Voraussetzungen und mit welchem Wert, das wäre der nächste Teil Bewertung, können Positionen in die Bilanz aufgenommen werden. Und dann werden wir am Ende noch einen kurzen Blick werfen auf den Konzernabschluss. Das ist eine besondere Form eines Abschlusses, einer Bilanz für einen ganzen Konzern. Der Konzern ist als solcher nicht rechtsfähig, besteht aus mehreren rechtsfähigen Unternehmen. Aber im Bilanzrecht muss in bestimmten Fällen auch ein Konzernabschluss erstellt werden für den gesamten Konzern. Dazu im Einzelnen an diesem Teil. Und am Ende, wenn wir noch Zeit haben, Bilanzberichtung, Bilanzänderung. Das ist also im Überblick das, was ich in dieser Vorlesung vorhabe. Dann die Frage, welche Literatur brauchen Sie oder welche Literatur ist zu empfehlen, begleitend zur Vorlesung. Also in jedem Fall ein Gesetzestext. Da wir immer mal wieder auch in das Steuerrecht wechseln, ins Steuerbilanzrecht genauer gesagt, ist es empfehlenswert, dass Sie auch einen Text der wichtigsten Steuergesetze immer bereitlegen, wenn Sie sich diese Vorlesung anhören. Und dann brauchen Sie auch den Text des Handelsbilanzrechts, das heißt also einen Text des HGB. Es gibt eine oder zwei Werke, die beides kombinieren. Das ist einmal hier die Steuergesetze aus dem Bohrberg Verlag. Da ist also sowohl ein Auszug des Handelsbilanzrechts drin, als auch das Steuerrecht. Und das Gleiche gilt dann hier für die wichtigen Steuergesetze aus dem NWB Verlag. Das ist dieser gelbe Band. Da haben Sie also alle Gesetze drin, die Sie brauchen. Auszug des HGB, nämlich das Handelsbilanzrecht des HGB und auch die wichtigsten Steuergesetze. Oder Sie kaufen eben sozusagen eine Kombination, den Text des HGB, beispielsweise hier die Ausgabe-Backtexte im DTV und dann noch zusätzlich die wichtigsten Steuergesetze. Oder Sie laden sich das einfach aus dem Internet runter, die Texte der Steuergesetze. Das geht natürlich auch. Ja, dann die nächste Frage. Welches Lehrbuch können Sie begleitend zur Vorlesung nutzen? Das ist nicht so ganz einfach. Ich habe Ihnen zwar hier eine ganze Reihe von Lehrbüchern aufgeführt. Die meisten davon haben aber als Zielpublikum die Wirtschaftswissenschaftler. Bei denen ist das Bilanzrecht, Bilanzkunde, Pflichtfachstoff sogar. Allerdings haben die eine etwas andere Herangehensweise als die Juristen. Da geht es also weder weniger um Rechtsgrundsätze, sondern eher um die, wenn man so will, technische Aufstellung einer Bilanz. Auch die Bilanzanalyse ist für die Wirtschaftswissenschaftler wichtig. Deswegen gehen die an das Bilanzrecht oder die Bilanzkunde anders heran, weshalb die eher auf Wirtschaftswissenschaftler zugeschnittenen Lehrbücher für Sie als Juristen weniger geeignet sind. Also ein Standardlehrbuch für die Wirtschaftswissenschaftler ist dieser Baetke-Kirsch-Thiele-Bilanzen. Das ist eines der wichtigsten Standardlehrbücher. Was für Sie empfehlenswert ist, dass es auch auf Juristen zugeschnitten ist, Dicken-Henssler-Bilanzrecht. Das können Sie sich also durchaus begleitend zur Vorlesung anschaffen. Ich sage das mit etwas Zurückhaltung deswegen, weil das inzwischen auch schon fünf Jahre alt ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann die Neuauflage erscheint. Das wäre also noch das, was ich am ehesten empfehlen kann. Das ist ein relativ kompaktes Buch, ist dementsprechend auch nicht so teuer. Ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf, aber es ist nicht ganz so teuer. Und das ist auch auf Juristen zugeschnitten dementsprechend auch für Sie ganz gut verständlich. Das würde ich also am ehesten empfehlen, wenn Sie denn ein Lehrbuch noch begleitend zur Vorlesung sich anschaffen möchten. Die anderen Lehrbücher habe ich der Vollständigkeit halber aufgezählt. Die allermeisten, wie gesagt, sind auf Juristen zugeschnitten. Wöe Mock ganz unten erscheint demnächst erst neu. Das heißt, das können Sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erwerben. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie das jetzt in der siebten Auflage ist, da es das Buch noch nicht gibt. Ein Buch will ich noch hervorheben. Das ist veraltet. Das können Sie dementsprechend jetzt nicht mehr nutzen, weil da verschiedene Reformen des Bilanzrechts noch nicht enthalten sind. Das ist der Thiel Lütke-Handjeri. Das war lange Zeit das beste Lehrbuch zum Bilanzrecht. Auch für Juristen sehr gut zugänglich. Das ist aber eben in den letzten Jahren nicht eine neue Auflage erschienen. Es wird demnächst neu erscheinen. Und zwar werde ich gemeinsam mit einem Kollegen aus Berlin, Herrn Müller-Thuns, eine Neuauflage dieses Lehrbuchs verfassen. Es wird dann auch voraussichtlich unter unserem Namen erscheinen. Das habe ich mit dem Verlag noch nicht abgesprochen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, also 2022, 2023. Deswegen müssen Sie nachher etwas warten. Das kann ich Ihnen also dementsprechend noch nicht empfehlen. Ich werde aber hier und da mal Auszüge aus dem Thiel Lütke-Handjeri Ihnen in OLAT einstellen, weil das wie gesagt ein sehr gutes Lehrbuch ist. In Teilen ist das sozusagen zeitlos. Das heißt also, Teile des Buches sind von den Reformen des Bilanzrechts nicht berührt. Und da kann ich Ihnen dann auch die Auszüge in OLAT einstellen. Ich habe Ihnen noch zusammengestellt eine Reihe von Fall- und Problemorientierten Lernbüchern. Das können Sie sich im Einzelnen dann mal anschauen. Die sind allerdings auch allesamt auf Wirtschaftswissenschaftler zugeschnitten. Das heißt also für Sie als Juristen eher weniger geeignet. Und dann noch einige Handbücher und Kommentare habe ich Ihnen hier zusammengestellt. Das im Hinblick darauf, dass Sie vielleicht einmal eine Seminararbeit oder auch eine Schwerpunktarbeit zum Bilanzrecht schreiben. Dann haben Sie schon eine gewisse Orientierung, welche Bücher Sie da berücksichtigen sollten. Das habe ich Ihnen also hier zusammengestellt, auch in einer Reihe von Kommentaren. Ich darf hier kurz hervorheben den Hachmeister Kale Mock-Schüppen, der erscheint jetzt in diesem Jahr in Neuauflage. Da kommentiere ich auch einige Paragrafen zum Handelsbilanzrecht. Und Münchner Kommentar gibt es gleich zweimal. Einmal zum Bilanzrecht, das heißt nur zu den bilanzrechtlichen Vorschriften des HGB. Und dann haben Sie auch im Münchner Kommentar zum HGB natürlich die bilanzrechtlichen Vorschriften des HGB kommentiert. Und ein weiterer Großkommentar zum HGB, in dem auch das Bilanzrecht kommentiert wird, ist der Staub. Das aber wie gesagt nur für Sie als Übersicht. Falls Sie irgendwann mal eine Seminararbeit oder Schwerpunktarbeit zum Bilanzrecht schreiben, dann haben Sie schon einmal eine gewisse Übersicht der Literatur, die Sie berücksichtigen sollten. Ja, damit komme ich auch gleich zur eigentlichen Vorlesung. Eingangs noch den Hinweis, Sie können natürlich in der Chatfunktion, der Kommentarfunktion von YouTube auch Fragen stellen, wenn Ihnen während der Vorlesung Fragen kommen. Ich versuche die dann während der Vorlesung zu beantworten. Ich habe das hier im Blick. Und andernfalls können Sie mir natürlich auch, wenn Ihnen noch Fragen kommen sollten, nach der Vorlesung eine E-Mail schreiben. Dann werde ich auch versuchen, die Fragen zeitnah zu beantworten. Ja, zunächst einmal zum Begriff des Bilanzrechts. Was ist überhaupt unter dem Bilanzrecht zu verstehen? Das Bilanzrecht kann man auch als Recht der Rechnungslegung bezeichnen. Das ist sogar präziser als das Bilanzrecht, denn im Bilanzrecht geht es nicht nur um die Bilanz. Die Bilanz ist nur ein Teil des Bilanzrechts, sondern es geht insgesamt um die Rechnungslegung. Jeder Kaufmann ist nach § 238 rechnungslegungspflichtig. Er muss also Bücher führen und er muss eine Bilanz, einen Jahresabschluss aufstellen. Das ist eine Verpflichtung, die jeden Kaufmann trifft und zwar gleich welche Art von Kaufmann. Das gilt sowohl für Einzelkaufleute, das heißt für natürliche Personen, die Kaufleute sind, als auch für Personenhandelsgesellschaften und schließlich auch für Formkaufleute, also insbesondere die Kapitalgesellschaften, die Kraftrechtsform-Kaufleute sind. Sie müssen Bücher führen, sie müssen also die Geschäfte, die sie in ihrem Unternehmen tätigen, aufzeichnen. Sie müssen Belege dazu sammeln und sie müssen das Ganze dann am Jahresende oder nach Ablauf des Jahres dann in einer Bilanz, in einem Jahresabschluss zusammenstellen. Und dementsprechend ist die Bilanz nur ein Teil dieser Rechnungslegung präziser, also eigentlich das Recht der Rechnungslegung, aber es hat sich eben der Begriff Bilanzrecht eingebürgert, weil die Bilanz das zentrale Element der Rechnungslegung ist. Das Handelsbilanzrecht ist im dritten Buch des HGB geregelt. Das überschrieben ist mit Handelsbücher. Das sind die Paragraphen 238 bis 342 e HGB. Und neben dem Handelsbilanzrecht gibt es auch das Steuerbilanzrecht. Das ist aber eigentlich kein eigenständiges Rechtsgebiet, sondern wir haben in Paragraph 5 Einkommensteuergesetz verankert den sogenannten Maßgeblichkeitsgrundsatz. Ein kurzer Blick auf die einschlägigen Vorschriften des ESTG, des Einkommensteuergesetzes. Wir haben für bestimmte Steuerpflichtige, nämlich für diejenigen Steuerpflichtigen, die selbstständig tätig sind, die sogenannte Gewinneinkünfte erzielen. Das sind Einkünfte aus Landforstwirtschaft, aus selbstständiger Arbeit und aus Gewerbebetrieb. Das sind sogenannte Gewinneinkünfte. Und hier ist maßgeblich für die Einkünfte der Gewinn. Und Paragraph 4 ESTG sagt, was Gewinn im steuerrechtlichen Sinne ist. Das ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des betreffenden Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Das ist also der Gewinn im steuerrechtlichen Sinne. Und mit Betriebsvermögen ist das Reihenvermögen genannt. Das heißt also, das Aktivvermögen, die Vermögensgegenstände oder Wirtschaftsgüter, sagt man steuerrechtlich, die im Unternehmen vorhanden sind, abzüglich der Schulden. Das ist unter Gewinn im steuerrechtlichen Sinne zu verstehen. Und ergänzend dazu sagt Paragraph 5 ESTG, bei Gewerbetreibenden, nur bei Gewerbetreibenden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen. Und diese gesetzliche Verpflichtung besteht insbesondere für Kaufleute, Paragraph 238 HGB, und regelmäßig Abschlüsse zu machen oder die freiwillig Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, Für die ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres dasjenige Betriebsvermögen anzusetzen, im Sinne des Paragraphen 4, das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. Das ist der sogenannte Maßgeblichkeitsgrundsatz. Es wird also für die Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung bei Gewerbetreibenden das Handelsbilanzrecht grundsätzlich für maßgeblich erklärt. Das heißt also, die Handelsbilanz ist zugleich auch die Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung aufgrund dieses Maßgeblichkeitsgrundsatzes des Paragraphen 5 ESTG. Dieser Maßgeblichkeitsgrundsatz wird aber in vielfältiger Weise inzwischen durchbrochen, denn es gibt ganz viele steuerrechtliche Sondervorschriften, die die handelsrechtlichen Vorschriften modifizieren, dazu im Einzelnen im Laufe der Vorlesung und aufgrund dieser vielfältigen Modifikationen kann man tatsächlich inzwischen von einem eigenständigen Steuerbilanzrecht sprechen. Es wird auch rechtspolitisch immer wieder die Forderung erhoben, man möge doch das Steuerbilanzrecht ganz vom Handelsbilanzrecht abkoppeln, also ein eigenständiges Steuerbilanzrecht kodifizieren. Das hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt, aber man kann durchaus sagen, dass das Steuerbilanzrecht, obwohl es in vielfältiger Weise eben an das Handelsbilanzrecht anknüpft, schon ein in gewisser Weise eigenständiges Rechtsgebiet ist. Wie gesagt, aber modifiziert durch eine ganze Reihe von steuerrechtlichen Sondervorschriften. Das Handelsbilanzrecht hat nicht nur für das Steuerrecht, für die steuerliche Gewinnermittlung bei Gewinneinkünften, bei Gewerbetreibenden eine Bedeutung, sondern auch für andere Rechtsgebiete und das ist auch der Grund, warum das Bilanzrecht nicht nur für den steuerrechtlichen Schwerpunkt, sondern auch für andere wirtschaftsrechtliche Schwerpunkte Pflichtfachstoff ist. Das Bilanzrecht hat eine ganz große Bedeutung für das Gesellschaftsrecht. Ich greife hier nur zwei Vorschriften heraus, an denen Sie die Bedeutung des Bilanzrechts im Gesellschaftsrecht ablesen können. Das ist einmal der § 30 GmbH-Gesetz über die Kapitalerhaltung. Sie haben in der Vorlesung Kapitalgesellschaftsrecht schon gehört, dass die Kapitalgesellschaften sich dadurch kennzeichnen, dass es hier keine persönliche Haftung der Gesellschafter gibt. Das wird aber ausgeglichen, dieses Manko, dadurch, dass es ein gesetzlich geschütztes Mindestkapital gibt. Das beträgt bei der regulären GmbH 25.000 Euro. § 30 regelt die Kapitalerhaltung. Es gibt zunächst einmal Vorschriften über die Kapitalaufbringung. Das heißt, es soll sichergestellt werden, dass das Gesellschaftskapital der Gesellschaft einmal vollständig zur Verfügung gestellt wird. Und die Vorschriften über die Kapitalerhaltung sollen sicherstellen, dass das der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Kapital dann in der Folgezeit auch nicht an die Gesellschafter wieder zurückfließt. Dass es also der Gesellschaft erhalten bleibt als Mindesthaffnungsmasse für die Gläubiger. Und da ist ganz zentral für die GmbH die Vorschrift des § 30 GmbH-Gesetz. Parallelvorschrift im Aktienrecht ist § 57 Aktiengesetz. § 30 sagt, dass zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Und welches Vermögen zur Erhaltung des Stammkapitals erforderlich ist, das richtet sich nach der Bilanz. Es findet also eher eine streng bilanzielle Betrachtung statt. Man schaut sich die Bilanz der GmbH an und aufgrund der Bilanz entscheidet man, kann Vermögen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden oder nicht. Es darf nicht ausgeschüttet werden, soweit es zur Deckung des Stammkapitals erforderlich ist. Das heißt also, das Reihenvermögen der Gesellschaft, das bedeutet also das Aktivvermögen abzüglich der Schulden, muss mindestens dem Betrag des Stammkapitals entsprechen, damit Ausschüttungen an die Gesellschafter aus dem Gesellschaftsvermögen vorgenommen werden dürfen. Es darf also keine Unterbilanz, man spricht von einer Unterbilanz, bestehen oder durch die Ausschüttung entstehen. Wenn das der Fall ist, wenn also eine Unterbilanz bereits besteht oder aber durch die Ausschüttung entstehen würde, bei bilanzieller Betrachtung, dann darf keine Ausschüttung an die Gesellschafter erfolgen. Auch der § 64 GmbH-Gesetz knüpft an die Handelsbilanz der Gesellschaft an. Auch § 64 GmbH-Gesetz dient dem Gläubigerschutz, berücksichtigt also, dass bei der GmbH die Gesellschafter nicht persönlich für die Gesellschaftsverbindlichkeiten haften. Und § 64 sagt, die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder Feststellung ihrer Überschuldung geleistet werden. Überschuldung, der Begriff wird hier verwendet und auch für die Frage der Überschuldung ist die Bilanz der Gesellschaft heranzuziehen. Eine Überschuldung liegt dann vor, wenn die Schulden der Gesellschaft, wie sie in der Bilanz ausgewiesen sind, das Aktivvermögen übersteigen. Und auch hier findet eine bilanzielle Betrachtung statt. Wenn eine solche Überschuldung besteht, dann dürfen die Geschäftsführer keine Zahlungen mehr leisten, ein sogenanntes Zahlungsverbot. Und dementsprechend müssen die Geschäftsführer ständig die Bilanz der Gesellschaft im Auge haben und ständig auch aktuell halten im Zuge der laufenden Buchführung. Wenn eine Überschuldung sich aus der Bilanz ergibt, dann dürfen keine Zahlungen mehr geleistet werden, mit Ausnahme der Zahlungen, die mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind. Auch hier spielt also die Bilanz eine ganz zentrale Rolle. Im Prinzip kann man eine GmbH nicht gründen und nicht führen, ohne Kenntnisse, zumindest grundlegende Kenntnisse im Bilanzrecht zu haben. Also im Gesellschaftsrecht auch eine ganz große Bedeutung. Dann eine Bedeutung des Bilanzrechts, des Handelsbilanzrechts ebenfalls im Insolvenzrecht. Deswegen ist die Vorlesung auch für den insolvenzrechtlichen Schwerpunkt vorgesehen. Hier haben wir zunächst einmal die Insolvenzantragspflicht, § 15a Insolvenzordnung. Und § 15a regelt, wenn eine juristische Person zahlungsunfähig wird, das heißt also nicht mehr liquide ist, ihre fälligen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Das ist weniger bilanzbezogen. Aber auch die Überschuldung begründet diese Insolvenzantragspflicht oder überschuldet ist, haben die Mitglieder des Vertretungsorgans ohne schuldhaftes Zögern spätestens drei Wochen nach Eintritt der Insolvenzreife, Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einen Eröffnungsantrag zu stellen. Es besteht dann also eine Insolvenzantragspflicht. Und auch hier wird bei dem Tatbestand der Überschuldung angeknüpft an die Bilanz. Auch hier ist wieder die Bilanz maßgeblich für die Frage, liegt eine Überschuldung vor. Überschuldung liegt dann vor, wenn sich aus der Bilanz ergibt, dass die Schulden das Aktivvermögen übersteigen. In diesem Fall muss zwingend ein Insolvenzantrag gestellt werden. Der Grund hierfür ist, man will verhindern, dass eine insolvenzreife Gesellschaft, die nicht mehr genügend Vermögen hat, um ihre Schulden zu begleichen, um die Gläubiger zu befriedigen, weiter am Markt tätig bleibt. Die Gesellschaft soll vom Markt genommen werden, muss vom Markt genommen werden im Wege der Insolvenzantragstellung. Und die Gesellschaft geht dann eben über in eine Liquidationsgesellschaft. Das Insolvenzverfahren ist jedenfalls als Regelverfahren für Gesellschaften ein Liquidationsverfahren. Die Gesellschaft wird also vom Markt genommen und es wird versucht, das Vermögen der Gesellschaft, das noch vorhandene zu erhalten und dann eben gleichmäßig an die Gläubiger im Insolvenzverfahren auszukehren. Sie sehen in § 19 dann auch die Regelung des Insolvenztatbestandes des Insolvenzgrundes der Überschuldung. Die Überschuldung löst bei juristischen Personen, insbesondere bei Kapitalgesellschaften, diese Insolvenzantragspflicht nach § 15a Insolvenzordnung aus. Und § 19 Absatz 2 enthält eine Definition der Überschuldung. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Das, was ich gerade gesagt habe, die Schulden übersteigen also das Aktivvermögen. Hier gibt es eine Einschränkung, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Also es besteht dann im Ergebnis doch keine, trotz bilanzieller Überschuldung besteht keine insolvenzrechtliche Überschuldung, wenn es eine positive Fortführungsprognose gibt. Einzelheiten dazu machen Sie aber dann, wenn Sie diese Vorlesung besuchen, im Insolvenzrecht. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass momentan aufgrund dieser Eilgesetzgebung, aufgrund der Corona-Krise, da hat man einige Sondervorschriften im Schnellverfahren durch den Bundestag gepeitscht. Und man hat unter anderem auch die Insolvenzantragspflicht erst einmal ausgesetzt. Aber irgendwann wird sie hoffentlich, wenn nicht alles sozusagen den Bach runtergeht, wieder aktiviert werden. Und dann muss man eben in die Bilanz schauen. Auch an dieser Stelle sehen Sie, dass die Geschäftsführer von ganz allgemein, die Geschäftsleiter von juristischen Personen, speziell die Gesellschafter von Kapitalgesellschaften, immer die Bilanz im Blick haben müssen, immer feststellen müssen, liegt eine Überschuldung vor oder nicht. Wenn ja, dann muss ein Insolvenzantrag gestellt werden. Dann dürfen nach § 64 GmbH-Gesetz keine Zahlungen mehr geleistet werden. Wenn man das tut, dann macht man sich persönlich haftbar. § 64 GmbH-Gesetz, der Geschäftsführer muss die Zahlungen, die er entgegen dem Zahlungsverbot geleistet hat, erstatten. § 15a Insolvenzordnung ist strafbewehrt. Das ist also ein Straftatbestand, wenn man eine sogenannte Insolvenzverschleppung betreibt. Das heißt also nicht rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellt. Und darüber hinaus knüpft an § 15a Insolvenzordnung auch eine zivilrechtliche Haftung an. Man sieht § 15a Insolvenzordnung als Schutzgesetz im Sinne des § 823 Absatz 2 BGB an, mit der Folge, dass die Geschäftsleiter, die ihre Insolvenzantragspflicht verletzen, tatsächlich persönlich haftbar sind gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft. Das ist also eine Außenhaftung gegenüber den Gläubigern. Und insofern ist die Haftungsbeschränkung bei der GmbH relativ. Sie sehen, dass die Haftungsbeschränkung doch durch einige Vorschriften durchbrochen wird. Und diese Vorschriften knüpfen an die Handelsbilanz an. Deswegen also für das Gesellschaftsrecht und für das Insolvenzrecht eine ganz große, überragende Bedeutung des Bilanzrechts. Es wird also in der Praxis immer gern gesehen, auch wenn Sie im Gesellschafts- oder Insolvenzrecht dann am Ende schwerpunktmäßig tätig sind. Es wird immer gerne gesehen, wenn man als Jurist eine Bilanz lesen kann. Und darauf soll sie diese Vorlesung vorbereiten. Ja, dann schließlich auch eine Bedeutung des Bilanzrechts bzw. Wechselwirkungen des Bilanzrechts mit dem Bank- und Kapitalmarktrecht. Wir werden im Laufe der Vorlesung sehen, dass für börsennotierte, sogenannte kapitalmarktorientierte Unternehmen strengere, verschärfte Rechnungslegungsvorschriften gelten. Umgekehrt knüpft auch das Kapitalmarktrecht hier und da an das Bilanzrecht an. Auch da haben Sie Wechselwirkungen. Und im Bankrecht, da geht es ja sehr häufig um die Kreditvergabe. Und jede Bank lässt sich, bevor sie einen Kredit an ein Unternehmen vergibt, dessen Bilanz, dessen Buchführungsunterlagen vorlegen, um zu beurteilen, ob das Unternehmen solvent ist, ob es also kreditwürdig ist, da stützt sich die Bank immer auf die Bilanz des Unternehmens, den Jahresabschluss des Unternehmens. Das heißt also auch in diesem Bereich eine große Bedeutung des Bilanzrechts. Das Bilanzrecht ist schon lange keine rein nationale Angelegenheit mehr. Ich werde darauf noch einmal ausführlicher bei den Rechtsquellen des Bilanzrechts zurückkommen. Hier aber schon einmal ein kurzer Überblick. Das Bilanzrecht ist sehr stark durch das Unionsrecht, durch das Recht der Europäischen Union inzwischen beeinflusst, insbesondere durch die EU-Bilanzrichtlinie. Das ist eine Richtlinie, die in ihrer ursprünglichen Fassung schon aus dem Jahr 1978 stammt. Man hat also in den 70er Jahren schon die Notwendigkeit gesehen, das Bilanzrecht in den EU-Mitgliedstaaten zu harmonisieren. Diesem Zweck diente die Bilanzrichtlinie von 1978. Es gab dann später noch im Jahr 1983 die Konzernbilanzrichtlinie. Ich hatte vorhin schon erwähnt, es gibt einen Konzernabschluss für Konzerne. Und diese beiden Richtlinien hat man 2013 zur neuen, heutigen Bilanzrichtlinie zusammengeführt. Es hat da relativ wenige inhaltliche Änderungen gegeben. Das war eher dann eine Zusammenführung von zwei ursprünglich eigenständigen Richtlinien. Und auf diesen Vorgaben beruht auch das deutsche Handelsbilanzrecht, wie auch das Bilanzrecht der anderen EU-Mitgliedstaaten. Allerdings gibt es auch da eine gewisse Wechselwirkung, denn die Bilanzrichtlinie der EU, die war sehr stark beeinflusst von kontinentaleuropäischen Rechtsvorstellungen in Bezug auf das Bilanzrecht und nicht zuletzt auch vom deutschen Bilanzrecht. Das heißt, hier gibt es durchaus eine gewisse Wechselwirkung. Hier hat man also, wir werden das noch näher besprechen, diese Unterschiede zwischen dem kontinentaleuropäischen Rechnungslegungsrecht und dem angelsächsischen Rechnungslegungsrecht, also speziell in Großbritannien, aber auch USA und anderen angelsächsischen Staaten, Australien, Neuseeland und so weiter. Da gibt es also zum Teil wirklich ganz fundamentale Unterschiede zwischen diesen beiden Rechtskreisen. Und das EU-Bilanzrecht, die EU-Bilanzrichtlinie, das war zunächst einmal sehr stark beeinflusst von kontinentaleuropäischen Vorstellungen. Das hat sich in den letzten Jahren aber doch etwas gewandelt. Seit 2002 ist EU-weit vorgeschrieben die Anwendung der IFRS, das sind die International Financial Reporting Standards, die es schon länger gibt. Das sind also Rechnungslegungsregeln, internationale Rechnungslegungsregeln, die aus dem angelsächsischen Raum, genauer gesagt aus Großbritannien stammen, die sich dementsprechend sehr stark an angelsächsischen Rechnungslegungsregeln orientieren. Und die EU hat im Jahr 2002 entschieden, oder vorher schon, also mit Wirkung ab 2002 entschieden, dass diese International Financial Reporting Standards in der gesamten EU vorgeschrieben werden sollen, aber nur für Konzernabschlüsse von bestimmten, von sogenannten kapitalmarktorientierten Unternehmen. Das heißt also, wir haben heute ein Nebeneinander von zum einen den Vorschriften der EU-Bilanzrichtlinie. An diese Vorschriften müssen sich, und an das deutsche Handelsbilanzrecht, das darauf brot, müssen sich alle Unternehmen halten. Und darüber hinaus gibt es noch für diejenigen Unternehmen, bestimmte Unternehmen, die einen Konzernabschluss aufstellen müssen, die Verpflichtung, die IFRS anzuwenden, die International Financial Reporting Standards, die sehr stark geprägt sind durch angelsächsische Rechnungslegungsregeln. Wir haben also momentan dieses Nebeneinander. Für uns ist aber von zentraler Bedeutung das Handelsbilanzrecht des HGB, das auf die EU-Bilanzrichtlinie zurückgeht, das auf im Wesentlichen kontinentaleuropäischen Rechnungslegungsvorschriften beruht. Das ist also für uns zunächst einmal interessanter. Ich werde aber später noch einmal auf die IFRS zurückkommen. Die können wir hier nicht im Detail besprechen. Das sind also sehr, sehr umfangreiche Regelungen, die schwer handhabbar sind. Da können wir hier nur einen Überblick uns verschaffen. Ich werde aber darauf noch einmal später zurückkommen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass einige Lehrbücher, die ich Ihnen aufgeführt habe, insbesondere dieses sehr gute Lehrbuch von Thiel Lütke-Hangerich, veraltet sind. Es hat in den letzten Jahren einige größere Reformen des Handelsbilanzrechts gegeben. Im Jahr 2009 das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Da hat man unter anderem in Teilen des Handelsbilanzrechts gewisse Anpassungen an angelsächsische Rechnungslegungsregeln vorgenommen. Im Zuge der Internationalisierung des Handelsbilanzrechts. Denn diese angelsächsischen Rechnungslegungsregeln sind international durchaus bedeutender als die kontinentaleuropäischen. Das muss man deutlich so sagen. Und man hat im Handelsbilanzrecht einige Anpassungen an die angelsächsischen Rechnungslegungsregeln vorgenommen. Dann das Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz, abgekürzt Mikrobilanzgesetz von 2012. Da hat man Erleichterungen für sogenannte Kleinstkapitalgesellschaften eingeführt. Und dann schließlich das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz von 2015. Ich hatte vorhin erwähnt, dass man 2013 die Bilanzrichtlinie von 1978 und die Konzernbilanzrichtlinie von 1983 zusammengeführt hat. Und da hat man relativ wenige, aber doch einige inhaltliche Änderungen auch bei dieser Gelegenheit vorgenommen. Die mussten dann in nationales Recht umgesetzt werden. Das geschah in Deutschland durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz. Sie wissen, dass EU-Richtlinien ja nicht unmittelbar gelten, sondern der Umsetzung bedürfnis bedarf dann immer eines Umsetzungsgesetzes. Und dieser Umsetzungspflicht ist man in Deutschland durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz nachgekommen. Dann hat es noch ein CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz gegeben. Darauf werde ich später noch einmal zurückkommen. Das habe ich hier nicht mit aufgenommen. Im Jahr 2018 CSR, Corporate Social Responsibility. Da hat man für bestimmte Unternehmen die Verpflichtung eingeführt, in ihren Jahresabschluss oder in die Rechnungslegung auch Angaben zur sogenannten Corporate Social Responsibility aufzunehmen. Das heißt, wie hält man es im Konzern mit Menschenrecht, mit Umweltschutz und so weiter. Wer da zum Einzelnen aber an späterer Stelle. Ja, dann zum Begriff der Bilanz. Was ist überhaupt unter einer Bilanz zu verstehen? Diese Bezeichnung leitet sich vom italienischen Wort bilancia ab. Und das bedeutet vage oder Gleichgewicht. Und diese Bezeichnung ist darauf zurückzuführen, dass die Bilanz immer ausgeglichen ist. Wir werden das noch anhand eines Beispiels gleich sehen. Die Bilanz hat zwei Seiten. Die Aktivseite, dort werden die Vermögensgegenstände aufgeführt, die sich in dem Unternehmen befinden. Und die Passivseite, das heißt also auf der Aktivseite wird ausgewiesen, was ist im Unternehmen vorhanden an Vermögensgegenständen. Und auf der linken Seite, Aktivseite und auf der rechten Seite wird ausgewiesen, woher kommt das, was auf der Aktivseite als Vermögensgegenstände ausgewiesen ist. Wie ist das also finanziert? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Finanzierung über Schulden, das ist das Fremdkapital oder die Finanzierung über Eigenkapital. Das ist auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Und beide Seiten sind immer ausgeglichen. Das heißt also, auf beiden Seiten steht immer eine gleich hohe Bilanzsumme. Wenn das am Ende der Rechnungslegung nicht so ist, dann haben Sie bei der Buchführung etwas falsch gemacht. Die Bilanz muss immer ausgeglichen sein. Und das wird letztendlich erreicht über die Größe des Eigenkapitals. Das ist ein sogenannter Restposten, Residualposten. Das Eigenkapital ist nämlich immer die Differenz aus aktiver abzüglich Schulden, das also unter dem Eigenkapital zu verstehen. Und durch dieses Eigenkapital als Restgröße ist das am Ende dann immer so, dass die Bilanz auf beiden Seiten ausgeglichen ist. Ja, also abgeleitet aus dem italienischen Bilancia und das hat den Grund, dass in Italien man erstmals ein modernes Bilanzrecht entwickelte. Das war schon im 14. und 15. Jahrhundert, dass sich das Bilanzrecht im modernen Sinne in Italien entwickelte. Und dementsprechend verwendet man diesen Begriff Bilanz, der aus dem italienischen abgeleitet ist, vage Gleichgewicht. Beide Seiten der Bilanz sind immer ausgeglichen. Die Bilanz ist eine stichtagsbezogene Vermögensübersicht. Die Bilanz wird immer zum Ende des Wirtschaftsjahres aufgestellt, des Geschäfts- oder Wirtschaftsjahres aufgestellt. Handelsrecht sagt Geschäftsjahr, im Steuerrecht sagt man Wirtschaftsjahr. Das kann identisch sein mit dem Kalenderjahr, muss aber nicht. Also das Unternehmen kann sich auch entscheiden, ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr festzulegen. Und die Bilanz ist immer bezogen auf den letzten Tag des Geschäftsjahres, wenn das identisch ist mit dem Kalenderjahr, also immer bezogen auf den 31.12. Das unterscheidet die Bilanz von einer anderen Komponente des Jahresabschlusses, nämlich von der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein zweiter Teil des Jahresabschlusses. Dazu kommen wir später noch. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist immer zeitraumbezogen. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist die Erträge und Aufwendungen eines Zeitraums, nämlich des Geschäfts- oder Wirtschaftsjahres, aus. Demgegenüber ist die Bilanz stichtagsbezogen und weist immer für einen ganz bestimmten Tag das vorhandene Aktiv- und Passivvermögen aus. § 242 Absatz 1 BGB enthält so etwas wie eine Legaldefinition der Bilanz, eine sehr grobe Legaldefinition. § 242 sagt, der Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes und für den Schluss, das ist die Eröffnungsbilanz, und für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres, das ist dann die regelmäßige Bilanz, die aufzustellen ist, im Rahmen des Jahresabschlusses, das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden Abschluss, Eröffnungsbilanz, Bilanz aufzustellen. Gegenüberstellung des Vermögens, das ist die Aktivseite, linken Seite und der Schulden, das ist die Passivseite, die rechte Seite der Bilanz. Noch einmal auf der linken Seite der Aktivseite wird ausgewiesen, was ist an Vermögensgegenständen im Unternehmen vorhanden und auf der rechten Seite wird ausgewiesen, woher kommt dieses Aktivvermögen, wie wird es finanziert und wie gesagt, da gibt es zwei Finanzierungsmöglichkeiten. Die eine ist die Finanzierung über Schulden, Fremdkapital, zum Beispiel man nimmt für das Unternehmen bei einer Bank ein Darlehen auf, das wäre Fremdkapital. Oder Eigenkapital, wenn es ein einzelkaufmännisches Unternehmen ist, der Einzelkaufmann nimmt Privatvermögen, das er in das Unternehmen investiert als Eigenkapital oder bei den Kapitalgesellschaften, da ist die Hauptkomponente, die wichtigste Komponente des Eigenkapitals, das Stammkapital oder Grundkapital bei der GmbH Aktiengesellschaft. Das ist also das Mindestkapital, das der Gesellschaft von den Gesellschaftern durch Einlageleistung, das heißt auch aus dem Privatvermögen, zur Verfügung gestellt werden muss. Und das Eigenkapital ist immer eine Restgröße, das Eigenkapital entspricht immer der Differenz zwischen Aktiva, das heißt also der Summe der Vermögensgegenstände, abzüglich der Summe der Schulden. So, das alles sehr abstrakt, dazu will ich Ihnen mal ein einfaches Beispiel einer Bilanz zeigen, hier für einen Einzelkaufmann, Bilanz zum 31.12.2018, das Geschäftsjahr ist hier also identisch mit dem Kalenderjahr, stichtagsbezogene Aufstellung. Und der Einzelkaufmann A hat an diesem Stichtag Aktiva im Umfang von insgesamt 300.000, er hat Anlagevermögen, unter Anlagevermögen versteht man diejenigen Vermögensgegenstände, die zum dauerhaften Verbleib im Unternehmen bestimmt sind. Das kann zum Beispiel sein, das Betriebsgrundstück, das kann eine Maschine sein, mit der das Unternehmen Waren produziert, die es dann veräußert. Anlagevermögen, also Vermögensgegenstände, die dauerhaft im Unternehmen verbleiben. Dann gibt es das Umlaufvermögen, das sind zum Beispiel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen hier in diesem Fall. Das bedeutet, der Kaufmann hat Waren an andere Unternehmen, beispielsweise Waren an andere Unternehmen geliefert und daraus sind ihm Kaufpreisforderungen erwachsen. Das sind auch Vermögensgegenstände und das ist Umlaufvermögen, die bleiben nur vorübergehend im Unternehmen, denn diese Forderungen gegen andere werden ja irgendwann einmal von den anderen Personen beglichen, dann erlöschen die Forderungen. Das heißt, sie bleiben nur vorübergehend im Unternehmen, das ist sogenanntes Umlaufvermögen. Dann hat der Kaufmann noch ein Bankguthaben von 180.000 Euro und all das zusammen ergibt ein Aktivvermögen auf der linken Seite der Bilanz von 300.000 Euro. Das ist die Bilanzsumme. Auf der Passivseite schauen wir uns zunächst einmal die Schulden an. Das sind hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 50.000 Euro. Das heißt, der Kaufmann hat Waren, vielleicht Rohstoffe für die Produktion seiner eigenen Waren, von anderen Unternehmen bezogen und schuldet dafür den Kaufpreis hier von 50.000 Euro. Das ist also eine Verbindlichkeit, Fremdkapital und darüber hinaus hat er bei Kreditinstituten Darlehen aufgenommen, hat also Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 200.000 Euro und das wären ebenfalls die Verbindlichkeiten, die Schulden des Unternehmens. Wir haben dementsprechend Verbindlichkeiten im Gesamtumfang von 250.000 Euro und das Eigenkapital ist die Restgröße, die sich ergibt, indem man die Summe der Aktiva, 300.000 Euro, vermindert um die Summe der Schulden, 250.000. Die Restgröße ist das Eigenkapital, 50.000 Euro und wir werden gleich noch sehen, dieses Eigenkapital, dieses Reihenvermögen des Unternehmens, das ist dann auch die Bezugsgröße für die steuerliche Gewinnermittlung, dazu aber gleich. Weil das Eigenkapital also eine Restgröße ist, ist die Bilanz am Ende immer ausgeglichen. Das Eigenkapital kann dabei durchaus auch negativ werden, das machen wir aber später, dann muss ein sonderer Bilanzposten auf die Aktivseite gesetzt werden, dazu aber später. Also an dieser Stelle sollten Sie sich merken, die Bilanz hat zwei Seiten, Aktivseite, Vermögensgegenstände, was ist im Unternehmen vorhanden, Passivseite, dort wird ausgewiesen, woher kommt das, das heißt, wie wird das finanziert, was auf der Aktivseite vorhanden ist. Das sind zum einen Schuldenfremdkapital und das ist Eigenkapital, das eigene Kapital des Unternehmens. Beim Einzelkaufmann ist das der selbst erwirtschaftete Gewinn oder sind Einlagen, die er aus seinem Privatvermögen in das Unternehmen investiert hat. Das Eigenkapital ist dadurch gekennzeichnet, dass es zum dauerhaften Verbleib im Unternehmen bestimmt ist, dass es den Gläubigern als Haftungsmasse zur Verfügung steht. Und das ist ganz wichtig bei Kapitalgesellschaften, da haben wir ja ein Mindestgesellschaftskapital, das Stammkapital bei der GmbH von 25.000 Euro oder das Grundkapital bei der Aktiengesellschaft von 50.000. Das wird dann in der Bilanz auch unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Zum Eigenkapital gehört auch immer der Gewinn und Verlust, das ist ja das, was das Unternehmen selbst als eigenen Ertrag erwirtschaftet hat, dazu aber im Detail später. Das jetzt erst einmal als grober Überblick. Man unterscheidet verschiedene Bilanzarten. Zum einen die Erfolgsbilanzen, das sind die Bilanzen, die uns hier am meisten interessieren. Da geht es um die bilanzielle Gewinnermittlung. Eine Bilanz dient immer auch der Ermittlung des Gewinns des Unternehmens. Zum einen für zivilrechtliche Zwecke, wenn man so will. Das heißt also für den Einzelkaufmann als Überblick, was steht ihm an Vermögen zur Verfügung, dass er dem Unternehmen dann gegebenenfalls auch für eigene Zwecke entnehmen kann. Bei den Gesellschaften, sowohl bei den Personengesellschaften als auch bei den Kapitalgesellschaften, ist die Gewinnermittlung deswegen wichtig, um festzustellen, was kann man aus dem Unternehmensvermögen an die Gesellschafter ausschütten. Wir haben vorhin gesehen den § 30 GmbH-Gesetz, da gibt es eine Ausschüttungssperre. Es darf also das Gesellschaftsvermögen nur insoweit ausgeschüttet werden, als es nicht zu einer Unterbilanz kommt. Das heißt also, es muss das Reihenvermögen der Gesellschaft mindestens den Betrag des Stammkapitals oder Grundkapitals erreichen, damit Ausschüttungen durchgeführt werden können. Das heißt also, hier der ganz wichtige Zweck der Gewinnermittlung, sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbilanz. In der Steuerbilanz haben wir schon kennengelernt den Maßgeblichkeitsgrundsatz, § 5 EStG und die Handelsbilanz wird im Grundsatz auch mit einer ganzen Reihe von steuerrechtlichen Modifikationen für die steuerliche Gewinnermittlung bei den Gewinneinkünften herangezogen. Im § 4 EStG sagt, der Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen, gemeint ist das Reihenvermögen, gemeint ist also das Eigenkapital, das hier in dieser Bilanz ausgewiesen ist, 50.000 Euro. Also das Betriebsvermögen, das Reihenvermögen, das Eigenkapital am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Und dieser Unterschiedsbetrag ist dann eben der Gewinn oder Verlust, auch für steuerliche Zwecke und daran knüpft dann eben die Besteuerung, die Einkommenbesteuerung bei natürlichen Personen, aber auch die Körperschaftsteuer bei den Körperschaften an. Das ist also eine ganz wichtige Funktion der Bilanz aus steuerlicher Perspektive. Die bilanzielle Gewinnermittlung bei den Gewinneinkünften, das heißt also bei den selbstständigtätigen Einkünften aus selbstständiger Arbeit, Landforstwirtschaft und Gewerbebetrieb. Neben diesen Erfolgsbilanzen, das sind, wenn man so will, die regulären Bilanzen, gibt es Sonderbilanzen aus besonderem Anlass. Das ist zum einen die Eröffnungsbilanz. Wir haben eben schon den Paragrafen 242 kennengelernt und danach ist der Kaufmann nicht nur laufend am Ende jedes Geschäftsjahres, sondern auch zu Beginn seines Unternehmens verpflichtet, eine Bilanz aufzustellen. Das ist die sogenannte Eröffnungsbilanz zu Beginn des Unternehmens. Dann haben wir ebenfalls schon vorhin kennengelernt die Überschuldungsbilanz. Paragraf 19 Insolvenzordnung definiert in Absatz 2 den Begriff der Überschuldung. Eine Überschuldung liegt vor, wenn die Schulden des Unternehmens in der Bilanz ausgewiesen auf der Passivseite, das Vermögen des Unternehmens ausgewiesen auf der Aktivseite übersteigen. Dann haben wir eine bilanzielle Überschuldung und die Überschuldungsbilanz hat bestimmte Besonderheiten. Bei der Überschuldungsbilanz muss grundsätzlich ein Wertansatz zu sogenannten Zerschlagungswerten erfolgen, denn wenn das Unternehmen überschuldet, damit insolvenzreif ist, wird es im Rahmen des Insolvenzverfahrens abgewickelt und dementsprechend zerschlagen und dementsprechend muss grundsätzlich in der Überschuldungsbilanz ein Wertansatz zu den sogenannten Zerschlagungswerten erfolgen. Das ist zu unterscheiden von den Fortführungswerten. Bei den Fortführungswerten geht man davon aus, dass das Unternehmen als Ganzes fortgeführt wird und dementsprechend ist bei jedem Vermögenswert anteilig enthalten der Mehrwert, den das Unternehmen als Ganzes, als Einheit gewissermaßen hat, gegenüber der bloßen Summe der Einzelwerte der Vermögensgegenstände, wohingegen bei den sogenannten Zerschlagungswerten eben nur das angesetzt wird, was man bei Veräußerung des einzelnen Vermögensgegenstandes erzielt. Und das ist weniger als dieser Vermögensgegenstand im Komplex, also im Zusammenhang mit dem Gesamtunternehmen wert. Das ist das aber nur ganz grob, darauf werden wir auch noch einmal später im Detail zurückkommen. Die Überschuldungsbilanz also als eine Sonderbilanz und dann die Liquidationsbilanz, zum Beispiel bei der offenen Handelsgesellschaft und KG nach § 154 HGB, der verpflichtet die Liquidatoren bei dem Beginn und bei der Beendigung der Liquidation der Gesellschaft eine Bilanz aufzustellen. Wenn eine Personenhandelsgesellschaft, ORG oder KG, aufgelöst wird, dann wird sie nicht gleichzeitig auch beendet, das Gleiche gilt auch für die Kapitalgesellschaften, sondern sie tritt in das Liquidationsstadium, in das Abwicklungsstadium ein und aus diesem Anlass muss dann ebenfalls eine Sonderbilanz aufgestellt werden. Man muss also zu Beginn der Liquidation feststellen, mittels dieser Liquidationsbilanz, welches Vermögen ist im Unternehmen, welches Reihenvermögen vorhanden, welche aktiver, welche passiver sind vorhanden und das Ganze muss man dann noch einmal nach Abschluss der Liquidation machen. Im Rahmen der Liquidation wird im Grundsatz das Gesellschaftsvermögen zunächst einmal zur Befriedigung der Gläubiger verwendet. Es werden Verbindlichkeiten, die der Gesellschaft zustehen, eingezogen im Rahmen der Liquidation und das Vermögen wird dann zunächst einmal zur Befriedigung der Gläubiger verwendet und das, was am Ende übrig bleibt, wird an die Gesellschaft ausgezahlt und das Ganze wird dann bilanziell in einer sogenannten Liquidationsbilanz erfasst. Uns interessieren primär die Erfolgsbilanzen, sozusagen die regulären Bilanzen, weniger die Sonderbilanzen, auf die ich hier und da kurz noch einmal eingehen werde, aber uns interessieren primär die Erfolgsbilanzen, also die regelmäßigen Bilanzen. Als Beispiel für die bilanzielle Gewinnermittlung, sowohl für handelsrechtliche als auch für steuerliche Zwecke, noch einmal Ausgangspunkt, die Bilanz des Einzelkaufmanns A zum 31.12.2018. Die haben wir uns vorhin schon angeschaut und haben festgestellt, dass wenn man von den Aktiva, das sind 300.000 Euro, die Passiva 250.000 Euro abzieht, verbleibt eine Restgröße von 50.000 Euro, das ist das Reihenvermögen, das Eigenkapital. Und wenn man jetzt ermitteln will, auf bilanzieller Grundlage, welchen Gewinn hat der Kaufmann erzielt, muss man sich anschauen, die Bilanz zum 31.12.2019 und dann überprüfen, welche Veränderung hat das Eigenkapital, das Reihenvermögen im Vergleich zur Bilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres erfahren. In der Bilanz zum 31.12.2019 haben wir ein Aktivvermögen im Umfang von 690.000 Euro. Wir haben jetzt also ein Anlagevermögen von 370.000, Vermögensgegenstände, die zum dauerhaften verbleibenden Unternehmen bestimmt sind. Wir haben dann Umlaufvermögen in Gestalt von Waren, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind und wiederum Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Kaufmann hat Waren an andere Unternehmen veräußert, ihm stehen dafür Kaufpreisforderungen zu und ein Bankguthaben von 190.000 Euro. Wir kommen also auf ein Aktivvermögen von insgesamt 690.000 Euro. Wir haben auf der anderen Seite Verbindlichkeiten, zunächst einmal aus Lieferungen und Leistungen, unbezahlte Rechnungen aus der Lieferung von Waren an den Kaufmann durch andere Unternehmen. Dann haben wir hier recht hohe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Da sind Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen worden. Wir kommen hier dann zu Schulden in Höhe von insgesamt 630.000 Euro. Das Eigenkapital ist nun die Differenz aus Aktivvermögen, Summe der Aktiva 690.000, abzüglich der Summe der Schulden 630.000 macht 60.000 Euro Eigenkapital. Und um den Gewinn zu ermitteln, muss man jetzt das Reihenvermögen dieses Geschäftsjahres 2019 vergleichen mit dem Reihenvermögen am Ende des Geschäftsjahres 2018. Das waren 50.000 Euro. Und dementsprechend kommen wir für das Geschäftsjahr 2019 zu einem Gewinn von 10.000 Euro. Das also die bilanzielle Gewinnermittlung. Und diese ist dann sowohl für handelsbilanzrechtliche Zwecke maßgeblich als auch über § 5 ESCG grundsätzlich auch für steuerrechtliche Zwecke, der sogenannte Maßgeblichkeitsgrundsatz. Allerdings wird das Handelsbilanzrecht durch zahlreiche Sondervorschriften, steuerrechtliche Sondervorschriften durchbrochen. Das habe ich jetzt hier ausgespart. Wir gehen also davon aus, dass hier diese steuerrechtlichen Sondervorschriften nicht eingreifen, sodass auch der steuerliche Gewinn 10.000 Euro wäre und auf diesen Gewinn würde man dann den betreffenden Steuertarif anwenden. Bei einem Einzelkaufmann wäre das also der Tarif, der persönliche Tarif, der persönliche Steuersatz, der sich aus § 32a ESCG ergibt. Das aber am Rand. Das also als Beispiel für die bilanzielle Gewinnermittlung, sowohl für handelsrechtliche als auch für steuerrechtliche Zwecke. Die bilanzielle Gewinnermittlung hat allerdings den Nachteil, dass man hier nur den Ist-Zustand an einem bestimmten Stichtag sieht. Man sieht also, welches Vermögen ist an dem Stichtag vorhanden und welche Schulden sind vorhanden. Die bilanzielle Gewinnermittlung gibt allerdings keinen Aufschluss über die Ursachen des Erfolgs oder Misserfolgs des Unternehmens. Wenn in unserem Beispielsfall das Verhältnis umgekehrt gewesen wäre, wir hätten also 2019 ein Reihenvermögen von 50.000 und 2018 ein Reihenvermögen von 60.000, dann hätte sich ein Verlust ergeben, dann wäre das ein Misserfolg des Unternehmens. Man kann aber aus der Bilanz und aus der bilanziellen Gewinnermittlung nicht unmittelbar ablesen, worauf ist dieser Erfolg oder Misserfolg zurückzuführen. Sind die Erlöse gesteigert worden, hat der Kaufmann also bei den einzelnen Geschäften, die er vorgenommen hat, höhere Gewinne, Gewinnmargen erzielen können oder hat er sehr sparsam gewirtschaftet, hat er beispielsweise seine Personalkosten, seine Kosten für Energie, für Wasser und dergleichen verringert. Das ergibt sich aus der Bilanz nicht. Da ergibt sich nur der Ist-Zustand des vorhandenen aktiven Passivvermögens, aber nicht die Ursache sozusagen des Erfolgs oder Misserfolgs. Deswegen gibt es neben der Bilanz eine zweite Komponente des Jahresabschlusses, der Rechnungslegung und das ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Paragraf 242 HGB erwähnt als zweite Komponente des Jahresabschlusses die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Kaufmann hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres zusätzlich zur Bilanz eine Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres, Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge. Hier wird also deutlich, hier wird ablesbar, worauf ist der Erfolg oder Misserfolg zurückzuführen. Liegt es daran, dass höhere Erträge erwirtschaftet worden sind oder liegt es daran, dass die Aufwendungen verringert worden sind. Das lässt sich also aus dieser Gewinn- und Verlustrechnung als zweite Komponente des Jahresabschlusses ablesen und Paragraf 242 Absatz 3 definiert dann auch den Jahresabschluss als die Kombination aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Beides zusammen bildet also den Jahresabschluss bei Kapitalgesellschaften, das werden wir später noch sehen, kommt als weitere Komponente der Anhang hinzu. Bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften aber nur die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung beides zusammen bilden den Jahresabschluss. Diese Terminologie also bitte merken, Jahresabschluss ist Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zusammen. Das sind die beiden Komponenten und die Bilanz ist eben eine stichtagsbezogene Vermögensaufstellung. Demgegenüber ist die Gewinn- und Verlustrechnung zeitraumbezogen. Sie erfasst also die Aufwendung und Erträge des gesamten Zeitraums, also des Geschäftsjahres heißt das. Dazu ein Beispiel, einfaches Beispiel. Wir gehen davon aus, dass unser Kaufmann A, dessen Bilanz wir uns vorhin angeschaut haben, im Geschäftsjahr 2019 Erträge, Erlöse aus beispielsweise der Veräußerung von Waren in Höhe von insgesamt 124.000 Euro hatte. Daneben hatte er Aufwendungen in Höhe von 114.000 Euro und es ergibt sich auch so ein Gewinn von 10.000 Euro. Auch das eine Besonderheit, ein besonderes Merkmal der Rechnungslegung. Der Gewinn, der sich aus der Bilanz und aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt, der muss immer gleich sein. Ist ja nicht gleich, dann hat man etwas falsch gemacht bei der Buchführung und das hängt damit zusammen, dass man die sogenannte doppelte Buchführung hat. Es wird durch einen Geschäftsvorfall, sogenannten Geschäftsvorfall, immer mindestens zwei Konten berührt. Dazu aber Einzelheiten noch später, nur das können Sie sich an dieser Stelle schon einmal merken. Der Gewinn, der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt und der sich aus der Bilanz ergibt, der muss immer gleich sein. Anderenfalls hat man falsch gebucht, hat man also die Grundsätze der doppelten Buchführung verletzt. Einzelheiten dazu aber später noch. Dementsprechend kommt auch hier ein Gewinn von 10.000 Euro raus. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Die Gewinn- und Verlustrechnung als solche ist für das Steuerrecht zunächst einmal nicht maßgeblich. Das Steuerrecht knüpft an die Bilanz primär an. Mittelbar hat die Gewinn- und Verlustrechnung aber dann doch auch für das Steuerrecht Bedeutung, weil eben, wie gesagt, diese Grundsätze der doppelten Buchführung gelten. Das heißt also, sogenannte erfolgswirksame Geschäftsvorfälle finden dann den Niederschlag sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung, sodass man also die Gewinn- und Verlustrechnung für das Steuerrecht nicht sozusagen komplett ausblenden kann. Unmittelbar knüpft aber der Maßgeblichkeitsgrundsatz des Paragraphen 5 ESDG nur an die Bilanz, nicht direkt an die Gewinn- und Verlustrechnung an. Ich hatte schon einige Male erwähnt den Konzernabschluss und will an dieser Stelle erläutern, welche Unterschiede es im Verhältnis zwischen dem Einzelabschluss, Jahresabschluss auf der einen Seite und dem Konzernabschluss auf der anderen Seite gibt. Der Einzelabschluss oder Jahresabschluss wird für das einzelne Unternehmen erstellt, nur für das einzelne Unternehmen und zwar auch dann, wenn das Unternehmen zu einem Konzern gehört. Sie werden in der Vorlesung Konzern- und Umwandlungsrecht noch Einzelheiten zum Konzernbegriff lernen. Also ganz grob kann man sagen, ein Konzern besteht immer aus einer Muttergesellschaft und mindestens einer Tochtergesellschaft und dieses Verhältnis Mutter-Tochter-Gesellschaft wird insbesondere durch eine Mehrheitsbeteiligung der Muttergesellschaft und der Tochtergesellschaft begründet oder Tochterunternehmen kann man verallgemeinern sagen und auch dann, wenn ein Unternehmen zu einem Konzern gehört, muss es immer einen Einzelabschluss nur für dieses Unternehmen aufstellen. Dies für handelsrechtliche, aber auch für steuerrechtliche Zwecke und dieser Einzelabschluss, Jahresabschluss für das einzelne Unternehmen dient der bilanziellen Gewinnermittlung und zwar auch für steuerliche Zwecke. Das haben wir gerade gesehen. Der Maßgeblichkeitsgrundsatz erklärt die Handelsbilanz im Grundsatz für maßgeblich auch für die steuerliche Gewinnermittlung. Das heißt also, eine ganz zentrale Funktion des Jahresabschlusses, des Einzelabschlusses für ein Unternehmen ist die Gewinnermittlung und daneben auch Informationsfunktionen. Es soll zunächst einmal eine Selbstinformation des Kaufmanns über die Bilanz über den Jahresabschluss erfolgen. Der Kaufmann soll sich darüber im Klaren sein, wie die Vermögenslage und auch die Ertragslage seines Unternehmens aussieht. Ganz besonders wichtig für Kapitalgesellschaften. Wir haben gesehen, hier gibt es einige Vorschriften, die an die Überschuldung, bilanzielle Überschuldung anknüpfen und der Geschäftsführer einer GmbH muss immer die Bilanz seiner Gesellschaft im Blick haben zur Selbstinformation. Darüber hinaus auch Fremdinformation. Es sollen Gläubiger oder auch potenzielle Kreditgeber über die Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens informiert werden. Das ist eine Funktion des Einzelabschlusses, aber eben nicht die einzige. Eine ganz wichtige weitere Funktion ist die der Gewinnermittlung. Ganz anders beim Konzernabschluss. Der Konzernabschluss ist geregelt in den §290 folgende und wir können in den §290 einmal hineinschauen, der die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses regelt. §290 sagt, die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft, Mutterunternehmen, mit Sitz im Inland, haben in den ersten fünf Monaten des Konzerngeschäftsjahres für das vergangene Konzerngeschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, wenn diese auf ein anderes Unternehmen, das Tochterunternehmen, unmittel oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Das ist also die zentrale Kategorie des Konzernbegriffs im handelsbilanzrechtlichen Sinne. Es gibt einen aktienrechtlichen Konzernbegriff, der ein bisschen abweichend ist. Hier kommt es also auf den beherrschenden Einfluss an. Wenn ein Unternehmen als Mutterunternehmen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Tochterunternehmen hat, muss es einen Konzernabschluss aufstellen. Und in Absatz 2 des §290 sind dann einige Tatbestände geregelt, die einen beherrschenden Einfluss begründen. Insbesondere die Nummer 1, wenn dem Mutterunternehmen bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschaft dazusteht. Mehrheitsbeteiligung begründet also einen beherrschenden Einfluss. Wenn wir also eine solche Konstellation haben, ein Mutterunternehmen, ein Tochterunternehmen, dann muss das Mutterunternehmen einen Konzernabschluss abstellen und zwar zusätzlich zu seinem Einzelabschluss. Also der Konzernabschluss, die Aufstellung des Konzernabschlusses befreit nicht von der Notwendigkeit, einen Einzelabschluss aufzustellen. Beim Konzernabschluss handelt es sich um einen sogenannten konsolidierten Abschluss. Das heißt, der Konzernabschluss ist letztendlich eine Zusammenfassung der Einzelabschlüsse aller konzernzugehörigen Unternehmen, aller Unternehmen, man sagt, des Konsolidierungskreises. Das heißt, alle Einzelabschlüsse werden zusammengefasst, aber man muss dann für die Aufstellung des Konzernabschlusses bestimmte Positionen aus den Einzelabschlüssen eliminieren. Das sind nämlich die Rechtsverhältnisse der Konzernangehörigen Unternehmen untereinander. Das heißt, sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen konzernzugehörigen Unternehmen werden aus dem Jahresabschluss eliminiert. Für die Aufstellung des Konzernabschlusses wird der Konzern, der zivilrechtlich nicht rechtsfähig ist, rechtsfähig sind nur die einzelnen konzernzugehörigen Gesellschaften, aber für die Aufstellung des Konzernabschlusses wird der Konzern als ein Unternehmen fingiert. Es wird so getan, als sei das ein Unternehmen, eine Rechtspersönlichkeit gewissermaßen und man kann eben gegenüber sich selbst weder Forderungen noch Verbindlichkeiten haben. Diese werden also aus dem Konzernabschluss eliminiert und es kommt dabei dieser konsolidierte Abschluss, der Konzernabschluss heraus. Wichtig ist, dass der Konzernabschluss keine Gewinnermittlungsfunktion hat. Das würde bei einem Konzern gar keinen Sinn machen. Der Konzern ist ja zivilrechtlich, auch steuerrechtlich als solcher gar nicht rechtsfähig. Dementsprechend macht es auch keinen Sinn, für den Konzern einen Gewinn zu ermitteln. Der Konzernabschluss hat keine Gewinnermittlungsfunktion, sondern reine Informationsfunktion. Der Konzern soll insbesondere den außenstehenden Dritten, Gläubigern, dem Kapitalmarkt eine Information darüber geben, wie ist die Vermögens- und Ertragstärke des Konzerns insgesamt. Das hängt damit zusammen, dass innerhalb eines Konzerns man oft arbeitsteilig vorgeht. Ein Konzernunternehmen ist beispielsweise für die Produktion einer bestimmten Ware zuständig und ein anderer dann für Dienstleistungen zuständig. Man hat da also eine Aufteilung innerhalb des Konzerns. Man teilt Aufgaben, die eigentlich, wenn man es mit einem einheitlichen Unternehmen zu tun hätte, von dem Unternehmen selbst erledigt würden, die werden also innerhalb des Konzerns verteilt. Man hat dadurch gewissermaßen eine im Vergleich zum Einzelunternehmen in gewisser Weise Verzerrung. Es kann also vorkommen, dass innerhalb des Konzerns ein lukratives Geschäft von einer Konzerngesellschaft gefüllt wird, ein defizitäres Geschäft von einer anderen. Ein Einzelunternehmen könnte das so nicht handhaben, denn es würde dann ständig Verluste erzielen. Es würde also zulasten des Gesamterfolgs des Unternehmens gehen. Im Konzern kann man diese Aufteilung leichter machen, weil Verluste der einen Gesellschaft durch Gewinne der anderen kompensiert werden. Und weil man eben diese Besonderheit innerhalb des Konzerns hat, diese Aufgabenverteilung, ist es für die Gläubiger wichtig zu wissen, wie sieht denn die Vermögens- und Ertragssage des gesamten Konzerns aus, weil der Konzern letztendlich auch als Einheit letztendlich im Rechtsverkehr auftritt. Deswegen also diese Verpflichtung, einen Konzernabschluss aufzustellen, um die außenstehenden Dritten, das heißt also insbesondere Gläubiger, aktuelle potenzielle Gläubiger von Konzernunternehmen oder auch den Kapitalmarkt als solchen vom Zustand des Gesamtkonzerns zu informieren. Der Konzernabschluss hat eine rein handelsbilanzrechtliche und auch in gewissem Maße kapitalmarktrechtliche Funktion. Er hat keinerlei steuerliche Funktion, denn der Konzernabschluss dient ja gerade nicht der Gewinnermittlung. Es gibt keinen Gewinn des Konzerns. Der Konzern als solcher ist weder zivilrechtlich noch steuerrechtlich rechtsfähig. Dementsprechend hat der Konzernabschluss überhaupt keine steuerrechtliche Bedeutung, sondern eine rein handelsbilanzrechtliche Bedeutung. So, ich will dann noch erläutern die wichtigsten Aufgaben und Funktionen des Bilanzrechts. Einige haben wir schon kennengelernt in den vorherigen Ausführungen. Eine ganz wichtige Funktion des Handelsbilanzrechts ist die Dokumentation und Selbstinformation. Ich hatte das schon angesprochen. Über die Rechnungslegung, über das Handelsbilanzrecht soll dem Kaufmann ein Überblick über den Zustand seines eigenen Unternehmens verschafft werden. Das ist in 238 Absatz 1 Satz 2 HGB angesprochen. 238 Absatz 1 Satz 1 sagt zunächst einmal, jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. 242 verpflichtet dann auch zur Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Und Satz 2 sagt, die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem Sachverständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Der Kaufmann soll also ständig über die Vermögens- und Ertragslage seines Unternehmens im Bilde sein. Das ist für den Einzelkaufmann wichtig, weil er dann unter Umständen auch gegensteuern muss, um eine Insolvenz abzuwenden. Aber ganz besonders wichtig auch für die Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften einer GmbH zum Beispiel, die, wie wir eben gesehen haben, dann unter Umständen einen Insolvenzantrag stellen müssen oder sonstige Maßnahmen einleiten müssen. Also Selbstinformation und zugleich aber auch die Information Dritter, beispielsweise von Kreditgebern. Ich hatte eingangs erwähnt, dass jede Bank sich bei der Kreditvergabe einem Unternehmen, dessen Rechnungslegungsunterlagen insbesondere den Jahresabschluss vorlegen lässt, um beurteilen zu können, ist das Unternehmen solvent, ist es kreditwürdig. Auch Lieferanten, für Lieferanten ist es wichtig zu wissen, ist das Unternehmen, an das geliefert wird, zahlungsfähig, ist es solvent. Also Informationsfunktion, Selbstinformation, aber zugleich auch Information Dritter. Bei Personenhandels- und Kapitalgesellschaften ebenfalls diese Informationsfunktion, diese Selbstinformationsfunktion. Hier kommt noch dazu, dass sowohl bei den Personenhandelsgesellschaften als auch bei den Kapitalgesellschaften man, wenn man so will, zwei Ebenen oder zwei Organe hat. Man hat zum einen die Geschäftsführer oder bei den Personenhandelsgesellschaften die geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter, die also die Funktionen eines Geschäftsführungsorgans haben und dann hat man die Gesellschafter in ihrer Eigenschaft als solche und die geschäftsführungsberechtigten Personen, die Geschäftsführungsorgane verwalten, wenn man so will, das Vermögen, das eigentlich den Gesellschaftern zusteht. Deswegen sowohl bei den Personenhandelsgesellschaften als auch bei den Kapitalgesellschaften auch ein weiterer Zweck der Information der Gesellschafter über den Erfolg oder Misserfolg der Geschäftsführungsorgane, das heißt also der geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter bei den Personenhandelsgesellschaften beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Vorstands bei der GmbH oder Aktiengesellschaft. Bei den Kapitalgesellschaften haben wir eine Reihe von bilanzrechtlichen Sondervorschriften, die sind in den Paragrafen 264 folgende enthalten und wir schauen kurz einmal in den Paragrafen 264 hinein. Die 264 folgende enthalten, wie gesagt, einige besondere, strengere Vorschriften, speziell für Kapitalgesellschaften und Absatz 2 Satz 1 sagt, der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln. Das wird hier besonders hervorgehoben, weil wir bei den Kapitalgesellschaften ja die Besonderheit haben, dass die Gesellschafter nicht persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. Es haftet keine natürliche Person persönlich für die Gesellschaftsverbindlichkeiten. Und deswegen haben wir hier ein gesteigertes Informationsbedürfnis der Gläubige oder ganz allgemein der Öffentlichkeit in Bezug auf die Vermögens-Finanz-Ertragslage der Gesellschaft. Das wird in diesem Paragrafen 264 Absatz 2, man spricht da vom True and Fair View Grundsatz, ich komme darauf später noch einmal zurück, das wird hier also besonders hervorgehoben. Bei der Vermögenslage geht es vor allen Dingen um das sogenannte Schuldendeckungspotenzial, das heißt also den Gläubigern soll transparent gemacht werden, ist überhaupt genügend Vermögen in der Kapitalgesellschaft vorhanden, um die Schulden zu decken. Das ist hier eben deswegen besonders wichtig, weil es außer dem Vermögen der Gesellschaft ja keine Haftungsmasse gibt. Man kann hier anders als bei den Personengesellschaften eben nicht auf eine natürliche Person und deren Privatvermögen zugreifen. Man ist im Grundsatz zumindest auf das Vermögen der Gesellschaft beschränkt. Und deswegen also ein gesteigertes Bedürfnis, die Vermögenslage der Gesellschaft zu kennen aus der Perspektive der Gläubiger. Bei der Finanzlage geht es um die Zahlungsfähigkeit und Liquidität. Welche liquiden Mittel sind also im Unternehmen vorhanden? Liquide Mittel wären beispielsweise ein Guthaben auf einem Bankkonto. Nicht liquide wäre dagegen etwas, was in einem Betriebsgrundstück steckt. Das Betriebsgrundstück müsste man zunächst einmal veräußern, um liquide Mittel zu erlangen. Das heißt also, die Aktivseite der Bilanz gibt auch Auskunft über die Liquidität des Unternehmens. Wie schnell kann das Unternehmen seine fälligen Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln begleichen? Wenn also auf dem Bankkonto wenig oder nichts ist, dann ist die Liquidität sehr eingeschränkt. Dann müssen erst andere Vermögensgegenstände, zum Beispiel des Anlagevermögens, veräußert werden. Dann ist also die Liquidität des Unternehmens eingeschränkt. Auch das ist eine wichtige Information für die Gläubiger. Und die Ertragslage. Hier geht es insbesondere um die Gewinn- und Verlustrechnung. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Also es ist auch wichtig, interessant für die Gläubiger zu wissen, wie sieht es mit den Erträgen des Unternehmens aus? Wie sieht es mit den Aufwendungen aus? Arbeitet das Unternehmen einigermaßen kostendeckend? Auch das ist eine wichtige Information für die Gläubiger der Kapitalgesellschaft. Hier haben wir also bei den Kapitalgesellschaften noch eine gesteigerte Informationsfunktion der Handelsbilanz. Auch bei den Personenhandels- und Kapitalgesellschaften, wie gesagt, diese Informationsfunktion im Verhältnis zu Dritten. Das hatte ich gerade erläutert. Insbesondere gegenüber Kreditgebern, Lieferanten, Abnehmern, letztendlich der gesamten interessierten Öffentlichkeit. Das ist vor allen Dingen bei Aktiengesellschaften und hier vor allem bei börsennotierten Aktiengesellschaften von Bedeutung. Börsennotierte Aktiengesellschaften sind oft Großunternehmen, von denen nicht nur betriebswirtschaftlich vieles abhängt, sondern auch volkswirtschaftlich. Wenn ein solches Großunternehmen, die oft in der Form einer börsennotierten Aktiengesellschaft agieren, wenn das Großunternehmen wirtschaftliche Schwierigkeiten hat, führt das zu erhöhter Arbeitslosigkeit, führt zu einer Absenkung letztendlich der gesamten volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Deswegen hat also die Öffentlichkeit gerade bei solchen großen Unternehmen ein Interesse, auch Einzelheiten über die Vermögensfinanzertragslage zu wissen. Und auch der Kapitalmarkt, potenzielle Anleger, Börsenteilnehmer, haben ebenfalls natürlich ein Interesse, die Vermögensfinanzertragslage des Unternehmens zu kennen, in das sie möglicherweise investieren möchten oder auch für eine Desinvestitionsentscheidung ist das wichtig zu wissen, wie sieht die Vermögensfinanzertragslage des Unternehmens aus. Hier also dann auch sozusagen die Verbindung zum Kapitalmarktrecht. Ich hatte eingangs erwähnt, dass das Bilanzrecht auch für das Kapitalmarktrecht von großer Bedeutung ist. Dann haben wir bei den Personenhandels- und Kapitalgesellschaften, das hatte ich ebenfalls schon erwähnt, auch die Funktion, den verteidungsfähigen Gewinn zu ermitteln. Sowohl bei den Personenhandelsgesellschaften als auch bei den Kapitalgesellschaften bemisst sich der Umfang des verteidungsfähigen Gewinns, der also an die Gesellschaft ausgeschüttet werden kann, nach der Bilanz der Gesellschaft. Das ist für die Personenhandelsgesellschaften in den Paragrafen 120 für die OHG und in Paragraf 167 für die KG geregelt. Paragraf 120 sagt, am Schluss jedes Geschäftsjahres wird aufgrund der Bilanz, der Gewinn oder der Verlust des Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter seinen Anteil daran berechnet. Grundlage für den Umfang des Gewinnanteils der einzelnen Gesellschafter bei der OHG ist also die Bilanz, die Handelsbilanz der Gesellschaft und das gleiche gilt für die Kommanditgesellschaft, für den Kommanditisten. Paragraf 167 Absatz 1 verweist für die Berechnung des Gewinns des Kommanditisten ebenfalls auf den Paragraf 120 und auch hier ist dementsprechend die Handelsbilanz der Gesellschaft maßgeblich. Daraus ergibt sich also, welcher Gewinn ist erzielt worden, der dann für die Verteilung an die Gesellschafter zur Verfügung steht. Gewinnbemessungsfunktion und auch zugleich bei den Kapitalgesellschaften Ausschüttungsbegrenzungsfunktion. Bei den Kapitalgesellschaften, GmbH und Aktiengesellschaft wird ebenfalls für die Frage, in welchem Umfang kann der Gewinn verteilt werden und wie hoch ist dementsprechend auch der Gewinnanteil des einzelnen Gesellschafters, auf den Jahresabschluss, auf die Bilanz abgestellt. Paragraf 29 GmbH-Gesetz sagt, die Gesellschafter haben Anspruch auf den Jahresüberschuss und hier ist eben gemeint, das ergibt sich aus Satz 2, der Jahresüberschuss, wie er sich aus der Bilanz der Gesellschaft ergibt. Anspruch auf den Bilanzgewinn heißt es hier in Satz 2. Das heißt also, auch hier ist für die Frage des verteilungsfähigen Gewinns und damit auch für den Gewinnanteil des einzelnen Gesellschafters maßgeblich die Bilanz und der darin ausgewiesene Jahresüberschuss bzw. Bilanzgewinn. Bei den Kapitalgesellschaften gilt ja der Grundsatz, dass sich der Umfang der Gewinnbeteiligung nach dem Umfang der Kapitalbeteiligung richtet. Das heißt also, wenn wir eine GmbH haben, an der ein Gesellschafter mit 25% beteiligt ist, er hat 25% der Geschäftsanteile, dann ist er im Grundsatz auch zu 25% an dem in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn beteiligt, hat also in dieser Höhe einen entsprechenden Gewinnanspruch. Parallel zur GmbH ist das für die Aktiengesellschaft im § 58 Aktiengesetz geregelt. Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, heißt es hier. Das heißt also, auch hier richtet sich der Gewinnanteil des einzelnen Aktionärs nach dem Gewinn, wie er in der Bilanz der Gesellschaft, in der Handelsbilanz der Gesellschaft ausgewiesen ist. Also hier diese ganz wichtige Funktion der Gewinnermittlung und der Ausschüttungsbemessung, das heißt in welchem Umfang darf ausgeschüttet werden. Dann bei den Kapitalgesellschaften kommt als ganz wichtige, ganz zentrale Funktion der Bilanz noch der Gläubigerschutz hinzu. Bei den Kapitalgesellschaften haben wir die Besonderheit, dass kein Gesellschafter persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet. Eine Ausnahme bildet die Kommanditgesellschaft auf Aktien, da haben wir einen persönlich haftenden Gesellschafter, aber im Grundsatz haften die Gesellschafter der Kapitalgesellschaften nicht persönlich mit ihrem Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten. Hier steht also dem Gläubiger nur das Gesellschaftsvermögen zur Verfügung und hier hat die Bilanz, dementsprechend haben die bilanzrechtlichen Vorschriften auch den Zweck des Gläubigerschutzes. Beispielsweise muss bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals, bei der GmbH, eine Parallelvorschrift bei der Aktiengesellschaft, Verlust der Hälfte des Grundkapitals, nach § 49 Absatz 3 GmbH-Gesetz bzw. § 92 Absatz 1 Aktiengesetz, eine Gesellschafter- oder Hauptversammlung einberufen werden. Wenn die Hälfte des Stammkapitals, also genauer gesagt die Hälfte des zur Deckung des Grund- oder Stammkapitals erforderlichen Vermögens, verloren gegangen ist, dann liegt es nahe, dass entweder schon Überschuldung eingetreten ist oder zumindest demnächst eintritt, dass also die Gesellschaft sich in Richtung Insolvenzreife bewegt und hier müssen die Gesellschafter entscheiden, wie weiter vorgegangen wird, ob Insolvenzantrag gestellt wird, ob Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Zu diesem Zweck muss dann eine Gesellschafter bzw. bei der Aktiengesellschaft eine Hauptversammlung einberufen werden. Dann hatte ich bereits eingangs erwähnt, die Funktion der Kapitalerhaltung sowohl bei der GmbH als auch bei der Aktiengesellschaft. Durch die Vorschriften über die Kapitalaufbringung soll jeweils sichergestellt werden, dass der Kapitalgesellschaft einmal ein zur Deckung des Stamm- bzw. Grundkapitals erforderliches Vermögen zur Verfügung gestellt wird, durch Einlageleistung der Gesellschafter bzw. Aktionäre. Da gibt es also strenge Vorschriften über die Kapitalaufbringung, das haben Sie im Detail schon gemacht in der Vorlesung Kapitalgesellschaftsrecht. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass eben ein Mindesthaftungskapital der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Das muss bei der regulären GmbH 25.000 Euro mindestens betragen, bei der Aktiengesellschaft mindestens 50.000 Euro. Dann soll aber auch in der Folgezeit verhindert werden, dass dieses Mindesthaftungskapital wieder an die Gesellschafter zurückfließt. Das ist die Kapitalerhaltung und die wird sichergestellt für die GmbH über den Paragrafen 30, für die Aktiengesellschaft über den Paragrafen 57. Paragraf 30 GmbH-Gesetz sagt, dass zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden und hier, ich hatte es schon erwähnt, eine bilanzielle Betrachtung. Man schaut sich also an, was ist auf der linken Seite, der Aktivseite der Bilanz an Aktivvermögen vorhanden, zieht davon die Schulden, die auf der Passivseite ausgewiesen sind, ab und das Reihenvermögen muss mindestens den Betrag des Stammkapitals erreichen, also bei der regulären GmbH mindestens 25.000 Euro. Nur dann, wenn man mehr Reihenvermögen hat als der Betrag des Stammkapitals, nur dann dürfen Ausschüttungen geleistet werden. Das heißt, wir haben, wir unterstellen einmal, wir haben auf der Aktivseite der GmbH Vermögensgegenstände im Umfang von 100.000, wir haben auf der Passivseite Schulden von 50.000, das heißt, wir hätten ein Reihenvermögen von 50.000 Euro. Wenn das Stammkapital 25.000 Euro beträgt, dann reichen die 50.000 Reihenvermögen zur Deckung aus, es können also im Umfang von 25.000 Euro Ausschüttungen vorgenommen werden. Wenn man dagegen nur ein Reihenvermögen hätte von 10.000, das würde nicht mehr ausreichen zur Deckung des Stammkapitals und es dürften dementsprechend keine Ausschüttungen mehr geleistet werden. Das gleiche würde gelten, wenn wir genau 25.000 Reihenvermögen hätten, dann wäre das Stammkapital noch gerade gedeckt. Durch eine Ausschüttung würde aber eine sogenannte Unterbilanz entstehen und man darf dementsprechend in dieser Situation keine Ausschüttungen mehr an die Gesellschaft leisten. Streng bilanzielle Betrachtung also. Und § 31 sagt, wenn Zahlungen entgegen § 30 geleistet werden, müssen diese von den Gesellschaftern an die Gesellschaft erstattet werden. Daneben noch eine Haftung des Geschäftsführers, der die Auszahlung geleistet hat, nach § 43 GmbH-Gesetz. Das heißt also, dieses Vermögen muss an die Gesellschaft zurückgeführt werden. Bei der Aktiengesellschaft haben wir vergleichbare Regelungen, die hier aber sogar noch etwas strenger sind. § 57 Aktiengesellschaft GmbH darf sämtliches überschüssiges Vermögen verteilt werden, das also über den Betrag des Stammkapitals hinausgeht. Bei der Aktiengesellschaft nur der Bilanzgewinn und dementsprechend darf hier nicht das gesamte überschüssige Vermögen verteilt werden. Der Bilanzgewinn ist, wir werden das im Einzelnen noch besprechen, das ist eine besondere Bilanzposition im Eigenkapital. Es gibt noch andere Eigenkapitalpositionen, zum Beispiel Rücklagen. Und es darf hier also auch nicht dasjenige Vermögen verteilt werden, das zur Deckung von Rücklagen beispielsweise erforderlich ist. Hier muss also nicht nur das Stammkapital, sondern müssen auch etwaige Rücklagen gedeckt werden. Es darf dementsprechend tatsächlich nur der Bilanzgewinn verteilt werden. Auch hier aber eben Anknüpfung an die Bilanz, streng bilanzielle Betrachtungsweise. Und auch hier die Regelung, dass im Falle einer Zuwiderhandlung die Ausschüttung zurückgezahlt werden muss, § 62, und daneben dann auch eine Haftung nach § 93 des Vorstands, der eine solche verbotene Ausschüttung geleistet hat. Also eine streng bilanzielle Betrachtung bei der Kapitalerhaltung, sowohl bei der GmbH als auch bei der Aktiengesellschaft, Gläubiger Schutz hier als ganz wichtige Funktion der Handelsbilanz. Dann hatten wir schon gehört, dass die Handelsbilanz zugleich die Grundlage für die steuerliche Gewinnermittlung ist, über den Maßgeblichkeitsgrundsatz des § 5 Absatz 1 Satz 1 ESTG. Der erklärt die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für maßgeblich. Und dementsprechend ist im Grundsatz die Handelsbilanz auch der steuerlichen Gewinnermittlung bei den Gewinneinkünften bei Gewerbetreibenden zugrunde zu legen. § 5 Maßgeblichkeitsgrundsatz gilt nur für Gewerbetreibende, insbesondere für Kaufleute, gilt also nicht für Freiberufler. Einzelheiten dazu aber dann in der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht. Das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Aber ich hatte ebenfalls schon erwähnt, es gibt zahlreiche Durchbrechungen des Maßgeblichkeitsgrundsatzes. Es gibt doch inzwischen recht viele steuerrechtliche Sondervorschriften, die zu Abweichungen in der Steuerbilanz im Vergleich zur Handelsbilanz verpflichten. Ich habe hier einzelne Vorschriften aufgeführt. Wir werden auf ein paar Vorschriften dieser Sondervorschriften noch später zu sprechen kommen. Hier aber nur, um sie mal erwähnt zu haben, also es gibt eine ganze Reihe von Durchbrechungen im Steuerbilanzrecht. Hier also nochmal die einschlägigen Regelungen des ESTG. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres, das wir betrachten, und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Gemeint ist das Reihenvermögen und dieses Reihenvermögen ermittelt sich § 5 bei Gewerbetreibenden auf der Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sprich auf der Grundlage der Handelsbilanz, die aber durch Sondervorschriften des Steuerbilanzrechts zu modifizieren ist. Umgekehrt gibt es keine Einwirkung des Steuerbilanzrechts, der Sondervorschriften, also des Steuerbilanzrechts auf das Handelsbilanzrecht. Das war früher, und zwar bis zum Veranstaltungsrecht, Anlagungszeitraum 2008 anders. Da hatten wir die sogenannte umgekehrte Maßgeblichkeit. Damals war es also so, dass wenn man bestimmte steuerrechtliche Wahlrechte nach speziell steuerbilanzrechtlichen Vorschriften ausgeübt hat, man dies auch in der Handelsbilanz übernehmen musste. Umgekehrte Maßgeblichkeit, das gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz, nicht mehr umgekehrt. Dementsprechend kann man jetzt steuerrechtliche Bilanzierungswahlrechte unabhängig von dem handelsbilanzrechtlichen Ansatz ausüben, dazu aber auch später noch genauer. Im Steuerbilanzrecht, da dient die Bilanz, die also nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellte Bilanz der steuerlichen Gewinnermittlung. Sie kennen aus der Vorlesung Steuerrecht schon den für das Einkommensteuerrecht ganz zentralen Grundsatz der Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit. Diese wird eben auf der Grundlage der Handelsbilanz auch für steuerliche Zwecke ermittelt und hier wird für Zwecke der Besteuerung der Periodengewinn ermittelt, das heißt also der Gewinn für den betreffenden Zeitraum und hier übernimmt das Steuerrecht auch das Geschäftsjahr, wenn es abweichend vom Kalenderjahr festgelegt wird als sogenanntes Wirtschaftsjahr, so heißt es im Steuerrecht, also es wird auch hier immer für ein Jahr der Gewinn ermittelt auf der Grundlage der Handelsbilanz. Damit sind notwendigerweise immer bestimmte Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verbunden. Darauf werde ich dann noch einmal in der nächsten Stunde im Einzelnen eingehen. Ich würde sagen für heute würde ich dann an dieser Stelle Schluss machen und dann an dieser Stelle in der nächsten Stunde weitermachen. Ich werde also dieses Video werde ich dann, das muss man immer noch ein bisschen bearbeiten, dann werde ich das in YouTube auch online stellen, wenn Sie das sich noch einmal anschauen wollen und die Folien stelle ich in OLAT ein, weitere Materialien ebenfalls. Ja, also ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute in dieser etwas schwierigen Zeit. Wir sehen uns dann also in der nächsten Woche zur gleichen Zeit wieder. Achten Sie immer auf die Mitteilungen auf meiner Lehrstuhl-Homepage, auch in OLAT. Wenn sich bei der Plattform irgendetwas ändern sollte, werde ich Ihnen das sofort mitteilen. Ja und wenn Sie keine abweichende Nachricht bekommen, dann sehen wir uns hier in YouTube in der nächsten Woche zur gleichen Zeit wieder. Ihnen alles Gute, bis bald.